Grüß Gott und herzlich Willkommen zur vierten und letzten Online-Lektion zu den Grundfragen des Mathematik-Unterrichts. Heute schließen wir den Block zur Messung, zum Vergleich und zur Beurteilung von Leistung mit dem Thema zentrale schriftliche Reifeprüfung aus Mathematik oder kurz Zentralmatura ab, dass ja einigen von Ihnen vielleicht aus eigener Erfahrung ohnehin noch recht präsent ist. Dabei ist eine wichtige Einschränkung zu beachten. Ich beschränke mich nämlich weitestgehend auf die AHS Zentralmatura. Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass diese in Klagenfurt maßgeblich mitentwickelt wurde. Da kenne ich mich schon deshalb etwas besser aus. Ein anderer Grund ist, dass wir uns in diesem Semester mit Allgemeinbildung beschäftigt haben und die AHS Zentralmatura im allgemeinbildenden Teil der höheren Schulen angesiedelt ist und vielleicht auch nicht völlig überraschend dann auch konzeptionell auf einem Allgemeinbildungskonzept basiert. Das ist bei der oder besser bei den verschiedenen Teilen der BHS Zentralmatura nicht ganz so klar der Fall. Als dritten Grund darf man vielleicht anführen, dass auch die mediale Wahrnehmung eher von den Ergebnissen der AHS geprägt ist. Und als vierten und letzten Grund kann ich anführen, dass ich hier zusammen mit einigen Kolleginnen auch an einem Analyseprojekt arbeite, also etwas mehr Daten habe und mehr zu den Ergebnissen sagen kann. Es soll uns heute auch und vor allem um die Frage gehen, was konzeptionell hinter der Zentralmatura steht. Also warum wollte man die haben? Wie denkt man, dass diese die dezentrale Leistungsbeurteilung ergänzt und wie rechtfertigt man, was dann faktisch an Aufgaben in der Prüfung herinnen ist? Und weil alle Theorie eher grau ist, schauen wir schon auch wieder in die Aufgaben selbst und in einige interessante Ergebnisse der ersten fünf Jahre herein, die mittlerweile regulär die Zentralmatura an den AHSen stattfindet. Als Interaktion dürfen Sie sich auch nochmal an ausgewählten Beispielen der AHS Zentralmatura selbst versuchen. Zu den Hintergründen. Im Jahr 2009 ist im Nationalrat beschlossen worden, dass ab 2014 bzw. dann real ab 2015 unter anderem in Mathematik zentral maturiert werden soll. Bildungspolitisch wird man diese Maßnahme in die sogenannte neue Steuerung im Bildungswesen einordnen. Zu dem Thema erfahren Sie bestimmt in den bildungswissenschaftlichen Grundlagen irgendwann noch mehr. In aller Kürze. Es geht bei dieser neuen Steuerung, zu der auch so Dinge wie Standards und PISA gehören, immer darum, dass man seitens der Bildungsadministration nicht mehr nur den Input vorgibt, also Lehrpläne, Stundentafeln, vorgesehene Qualifikationsnachweise der Lehrpersonen, Teilungsziffern und so weiter, sondern man führt ein Monitoring ein, bei dem man die Schulen an ihren Leistungen evaluieren möchte, wobei dann als erfolgreich gilt, wer die relativ besseren Leistungen der Lernenden erzielt. Es geht auch darum, besser sagen zu können, was konkret die Absolventinnen und Absolventen im Mittel so können und wissen. Oder, kurz und knapp in den Worten Werner Peseks, es geht einerseits um eine höhere Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse und andererseits um eine Objektivierung der Leistungsbeurteilung, eben in dem Sinn, dass individuelle Normen der Lehrpersonen durch zentrale Vorgaben ersetzt werden. Jetzt kann man fragen, sind das auch die Ziele der Mathematikdidaktiker, die da mitgemacht haben oder was hält die Mathematikdidaktik da insgesamt davon? Das ist so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wen man da fragt. Relativ einig sind sich die Mathematikdidaktikerinnen und Didaktiker bei der Kritik an der herkömmlichen Matura. An der wurde etwa eine Orientierung auf kurzfristig verfügbares Wissen und Können, vor allem beim Lösen von durchaus nicht so unaufwendigen, stark auf prozedurales Wissen abzielenden Aufgaben kritisiert, bei dem dann auch die längerfristige Verfügbarkeit dieses Wissens und dort insbesondere auch ein solides relationales Verständnis grundlegender Begriffe und Zusammenhänge eher zu kurz gekommen ist. Werner Pesek und einige andere aus dem Klagenfurter Umfeld des Pilotprojekts haben außerdem kritisiert, dass es so ein wenig dem Zufall überlassen war bei dieser dezentralen Matura, was bei einzelnen Lehrpersonen dann tatsächlich in der Matura landete. Alle Themen des Mathematikunterrichts waren, Werner Pesek sagt dann immer, gleichgültig und deswegen auch gleichgültig. Also es war im Grunde genommen egal, was dran kam und es wurde andererseits aber immer schon in der LBVO verlangt, dass man ja mit einem Vierer etwa nachweisen sollte, dass das Wesentliche überwiegend beherrscht war. Es hat aber niemand vorher wirklich gesagt, was ist denn jetzt das Wesentliche oder das irgendwie bewusst festgelegt. Das führte dann auch dazu, dass man nicht wirklich gut Kompetenzen identifizieren konnte, die wirklich an allen Schulen und von allen Schülern mit einigermaßen der Sicherheit überwiegend erreicht wurden. Was ein Problem ist, wenn man an die Ziele der Objektivierung und der Vergleichbarkeit von der letzten Folie denkt. Unter der Leitung von Werner Pesek wurde bereits ein Jahr vor dem Nationalratsbeschluss dann ein Pilotprojekt zur Zentralmatura ins Leben gerufen, das konzeptionell inhaltlich sehr vieles fixiert hat, was auch für den dann 2015 einsetzenden Regelbetrieb der Zentralmatura weiterhin Gültigkeit hat. Insbesondere sind das die Teil 1, Teil 2 Aufteilung, die Auffassung von Grundkompetenzen und die diesen Grundkompetenzen zugrunde liegenden bildungstheoretischen Argumentationen. Zunächst einmal referenzieren Pesek und Co. hier Heimanns Unterscheidung von Bildung und Allgemeinbildung. Mathematische Bildung vollziehe sich immer in einem Wechselspiel von Verbindlichkeiten und Freiräumen. Mit Verbindlichkeiten ist dabei derjenige bei Heimann als Allgemeinbildung bezeichnete Grundstock an Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeint, der ja möglichst allen Heranwachsenden bzw. hier jetzt eben jedenfalls allen, die die AHS-Oberstufe besuchen, als gemeinsame Basis der dann vielfältigen individuellen Bildung zur Verfügung gestellt werden soll, weil er eben als Basis für diese individuelle Entwicklung und für das Zusammenleben in der Gesellschaft als besonders wichtig gilt. Jetzt kommt dann allerdings die Frage, was hat das jetzt mit der Zentralmatura zu tun, dass es da auch Freiräume für diese individuelle Bildung geben soll, weil offensichtlich wird ja nur das Verbindliche wirklich festgelegt. In der Tat sagen auch Pesek und Co., dass die Zentralmatura inhaltlich sich konsequenterweise auf den Teil mathematischer Bildung beziehen muss, der eben für alle gemeinsam fixiert werden soll, also auf die Verbindlichkeiten im Sinne einer Allgemeinbildung. Sie sei kein Instrument, um Freiräume oder Differenzierung abzubilden. Aber, das steht jetzt nicht so auf der Folie, Indirekt könnten dadurch gerade Freiräume entstehen, weil die Matura ja nicht den ganzen Lehrplan abbildet und die Anforderungen ja auch nochmal deutlich konkretisiere, denen sich dann alle zu stellen haben. So könnten, so jedenfalls die Theorie, falls jedenfalls die Anforderungen der Matura nicht zu hoch hängen, durchaus auch mehr Freiräume entstehen, da jetzt ja festgelegt sei, was eigentlich das Wesentliche des Lehrplans ist und wo dann eben allenfalls auch lokale und individuelle Schwerpunktsetzungen möglich wären. Das ist aber mit Sicherheit der Punkt, wo man nach fünf Jahren Erfahrung mit der Zentralmatura in freier Wildbahn eher sagen muss, es ist ja nicht erkennbar, dass solche Freiräume in der Breite durch die Lehrpersonen als Folge der Zentralmatura stärker wahrgenommen oder genutzt werden können. Umso wichtiger erscheint es, dass man sich sehr gut Rechenschaft darüber ablegt, was denn nun in den verbindlichen Teilen hereingenommen werden soll. Und da fangen dann auch die Streitereien und unterschiedliche Wahrnehmungen unterschiedlicher Akteure so richtig an. Fragt man danach, welches Verständnis eine Zentralmatura aus Mathematik anstreben soll, so ist zunächst mal festzuhalten, dass das eben eine notwendig normative Frage ist, also von Wertsetzungen abhängig, eben von sowas wie vielleicht bildungstheoretischen Überlegungen. Für die Zentralmatura sind hinsichtlich des bildungstheoretischen Rahmens mit Blick auf das angestrebte Mathematikverständnis aus meiner Sicht drei Elemente zentral und zwar so ziemlich vom Beginn des Pilotprojekts an bis heute. Erstens ein Zurückdrängen eines rein syntaktischen Verstehens im Sinne einer Dressur des Unverstandenen und damit verbunden im Umkehrschluss der Versuch, auch in dieser Prüfungssituation stärker Zugang zum semantischen und zum relationalen Verständnis zu bekommen. Zweitens Verschiebung weg vom prozeduralen Verständnis bzw. operativen Wissen, hin zu mehr konzeptionellem Verständnis, etwa im Sinne des Grundwissens bei Roland Fischer und zumindest perspektivisch auch dessen reflektierter Einsatz. Und schließlich drittens, zumindest zu einem gewissen Grad auch mehr elaboratives Verständnis in dem Sinn, dass erworbene Grundkompetenzen flexibel in unterschiedlichen außer mathematischen Kontexten aktiviert werden können. Das ist dann auch ein ziemlicher Traditionsbruch, da zuvor in Österreich eher so rein innermathematisches und vielleicht noch so ein paar Standardkontexte aus den Naturwissenschaften das Hauptgeschäft des Oberstufenmathematikunterrichts ausgemacht haben. Diese Veränderungswünsche haben dann notwendig auch Einfluss auf die Ebene der Aufgabenstellung, der Angabentexte und damit auch auf sowas wie ein erforderliches Textverständnis. Und das hat so die Diskussionen um die Zentralmatura insbesondere im Jahr 2018 auch sehr dominiert. Wo nicht mehr das Abspulen von Standardverfahren, Kurvendiskussionen und sowas und das Reagieren auf vorgegebene Reize wie Leite ab, diskutiere die Funktion oder löse das lineare Vergleichungssystem verlangt werden, ist notwendig auch ein etwas sorgfältiges Lesen und Verstehen der Angaben erforderlich. Ein Problem kommt hinzu, diese bildungstheoretische Rahmenung, die hier angegeben ist, mag noch unter Mathematikdidaktikern einigermaßen Konsens sein. Sie ist aber bildungspolitisch eben kein Selbstläufer, weder unter Eltern noch unter den Lehrpersonen, notwendig immer vollständig als solche akzeptiert. Einige Äußerungen von Elternvertretern etwa deuten doch recht klar darauf hin, dass die Zentralmatura im Wesentlichen als potenzielles Hindernis für den eigenen Nachwuchs gesehen wird, solange dieser nicht gerade ein MINT-Berufsziel anstrebt. Es ist irgendwie schon allen klar, dass es MINT-Nachwuchs braucht und dass es diesen ohne Mathematikunterricht wohl auch nicht gäbe. Aber bei denen, die sich nicht so für MINT, also für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik interessieren, reicht da nicht vielleicht doch auch das halbwegs richtige Reagieren auf eindeutige Rechenreize? So aus Sicht der Eltern meinen nicht viele Eltern, dass ihre Kinder Mathematik eigentlich nicht wirklich verstehen müssten? Und wird nicht manchmal diese Skepsis zum Beispiel dann einfach in so einen Vorwand umgemünzt wie, das ist ja jetzt eigentlich eher eine zweite Deutschmatura, die Mathe könnten meine Kinder eigentlich? Wir kommen da später noch darauf zurück. Schauen wir mal, wie die Klagenfurter im Pilotprojekt und später dann auch das Bifi, beziehungsweise noch später die daraus hervorgegangene Abteilung im Bildungsministerium versucht haben, die bildungstheoretische Rahmung in Eckpunkte für die Auswahl von in der Matura zu prüfenden Kompetenzen umzumünzen. Dazu dient das Konzept der Grundkompetenzen, die als grundlegende gesellschaftlich relevante mathematische Fähigkeiten definiert sind, die allen Lernenden längerfristig verfügbar sein sollen und sich produktorientiert überprüfen lassen. Mit dieser Formulierung sind die darüber stehenden vier Normen beschrieben. Also die vier Normen sind, Grundkompetenzen sollen fachlich grundlegend sein, da wird man ja sagen, no na. Sie sollen auch gesellschaftlich relevant sein, hier kommt eben diese spezifische bildungstheoretische Rahmung ins Spiel. Zu 90 Prozent ist das nämlich Fischer und sein Konzept der Kommunikationsfähigkeit mit Expertinnen und dort nochmal zu 90 Prozent wieder die Fokussierung auf das, was bei Fischer Grundwissen heißt. Diese zweite Einschränkung wird mit dem letzten Punkt hier gerechtfertigt. Reflexionswissen im Sinne Fischers eigne sich eben eher nicht für eine massige Prüfung in einer standardisierten schriftlichen Form. Schließlich bleibt dann noch diese soziale Akzeptanz übrig, die im Pilotprojekt allerdings relativ stark auf eine Akzeptanz unter den beteiligten Lehrpersonen und Fachdidaktikerinnen und Didaktikern beschränkt wurde. Werner Pesek ist zwar auch jahrelang durch die Schulen getingelt und hat da Elternvertreterinnen und Vertretern die Matura-Konzeption erläutert, irgendwie systematisch Einfluss auf die Grundkompetenzen haben diese Gespräche mit Elternvertretern dann aber nicht genommen. Das ist auch eher schwierig, da sich ja viele Eltern in der Regel auch einfach weniger mit Mathematikunterricht auskennen und auseinandersetzen als jetzt Lehrerinnen oder Fachdidaktiker. Schauen wir mal ganz kurz auf ein ganz paar Beispiele von Grundkompetenzen und zugehörigen Aufgaben, die noch aus der Zeit des Pilotprojekts stammen, ohne dass ich die Aufgaben da groß kommentieren werde. Aus dem Bereich Algebra und Geometrie stammt zum Beispiel dieses Beispiel hier einfache Formeln aufstellen können. Wobei die Aufgabe dann einen trigonometrischen Zusammenhang zum Thema hat, die wäre daher im Regelbetrieb der Matura vermutlich anders zugeordnet worden, nämlich zur Trigonometrie da. Etwas klarer der Algebra zuzuordnen ist da schon dieses Beispiel, in dem es um die Kompetenz einfache Terme im Kontext deuten geht. Und hier eine Aufgabe zum typischen Verlauf linearer Funktionen, wobei da auch die Wirkung der Parameter K und D interpretiert werden sollen. Wobei hier nur das K zu interpretieren ist. Im Beispiel auch recht anspruchsvoll dadurch, dass eben nicht nur ein lineares Modell vorliegt, sondern man dieses erstmal unter den verschiedenen Modellen, die da dargestellt sind, identifizieren muss. Ein in der Kommunikation der Anliegen der Zentralmatura auch immer wieder schwieriger Punkt war, dass gegenüber dem traditionellen und seltenen hinterfragten, mit der Hälfte der Punkte bist du durch Schema, abweichende Beurteilungsschema der Zentralmatura. Werner Pesek rechtfertigt es hier so, dass für das, was wirklich als grundlegend gelten soll, eigentlich keine Kompensierbarkeit oder wenig Kompensierbarkeit denkbar ist, man also hoher, sicher deutlich höherer als 50 Prozent Lösungsquoten verlangen müsste. Daraus ist dann die etwas verändert, auch für den Regelfall übernommene Unterteilung in zwei Teile entstanden. Das Besondere an dieser AAS-Matura ist jetzt im Vergleich mit fast allen anderen deutschsprachigen Ländern und auch ein Stück weit mit der BAS, der erste Teil, der diese 24 recht kurze Beispiele enthält, die sehr direkt auf die Grundkompetenzen gehen und bei denen eine deutlich erhöhte Lösungsquote schon für einen Vierer verlangt wird. So etwas gibt es sonst kaum, es passt aber sehr gut zu den Intentionen dieser Maßnahme. Der Teil 2 ist dann eigentlich so ein bisschen das Stiefkind, von Anfang an eher eine Kompromissveranstaltung gewesen. Man brauchte jetzt in der Zentralmatura auch noch irgendwas, an dem man dann die Differenzierung für die besseren Noten festmachen konnte. Und man wollte auch so ein bisschen die traditioneller eingestellten Lehrer und Didaktiker beruhigen, dass da eh nicht nur so Häppchenaufgaben in die Matura kommen, sondern auch etwas, wo Grundkompetenzen in größeren Problemkontexten vernetzt, eingebettet auftreten. Das ist allerdings auch der Teil, der beim Übergang zum Regelfall dann die meisten Veränderungen erfahren hat. Seit dem Pilotprojekt hat es insgesamt drei Stufen von so Veränderungen gegeben. Erstens, schon zur Einführung 2015 wurden einige kleinere Änderungen an den Grundkompetenzen vorgenommen, wobei sich da wirklich inhaltlich nur in der Stochastik etwas verschoben hat und zwar eher in Richtung eines traditionelleren Aufbaus, als Werner Pesek und seine Kolleginnen und Kollegen das anfänglich eigentlich gedacht haben. Teil 2 hat sich insofern deutlich verändert, als dort etwa so vier bis sechs größere Aufgabenkontexte vorkommen, in diesen aber jede Teilaufgabe unabhängig voneinander bearbeitbar sein muss. Das war früher nicht so und man außerdem auch noch so ein paar Kompensationspunkte für Teil 1 sammeln kann, sodass dort effektiv dann etwa 57 Prozent Lösungshäufigkeit erforderlich sind. Selbst diese 57 Prozent sind gegen diese, aber es muss bei 50 Prozent bestanden werden Fraktion, die es eben gibt, immer noch sehr schwer vermittelbar und so ist es dann 2019 zu einer weiteren Änderung gegeben, wo man jetzt alternativ zu diesen 57 da und was anderes dort auch mit 50 Prozent in der Gesamtverrechnung bestehen kann. Auch 2019 hat man es aufgegeben, diesen ersten Teil erstmal auszuteilen, dann wieder abzusammeln und dann den zweiten Teil auszuteilen. Stattdessen haben die Lernenden jetzt beide Teile der Prüfung gleichzeitig und die ganze Prüfung über vor sich. Schon 2018 hat es eine Änderung hinsichtlich der Hilfsmittel gegeben. Ab da war diese höher entwickelte Technologie als Unterstützung für die Lernenden verpflichtend. 2018 hat das faktisch bei 73 Prozent der Lernenden an der AAS GeoGebra bedeutet und 27 Prozent mussten mit so einem CRS-Taschenrechner klarkommen. Inhaltlich sind da dann auch ein paar Dinge geändert worden, weil einige Grundkompetenzen bei Technologieeinsatz so einfach nicht mehr stimmig waren, wie die vorher drin gestanden haben. Und jetzt sollen bitte Sie kurz aktiv werden. Ich habe vier Beispiele herausgesucht. Die sind nur vom Typ 2 aus 5 und halboffen, weil die ganz gut mit dem Fragetool in diesem Video funktionieren. Und diese vier Beispiele sind recht spannend hinsichtlich Lösungshäufigkeit und Zusammenhängen mit Aufgabenmerkmalen. Sie versuchen jetzt bitte mal die zu lösen und dann erzähle ich etwas zu den Ergebnissen insgesamt. Und bei diesen vier Beispielen, dann war es das im Wesentlichen schon für dieses Semester. Wenn es um die Ergebnisse der Matura geht, dann stehen mit einer gewissen Berechtigung vor allem die Bestanden-Nichtbestandenquoten im Fokus. Und denen verdankt auch die Mathematik-Matura ihre Aufmerksamkeit. Dort fallen die meisten durch, egal ob an der AHS oder an der BHS. Und die Ergebnisse schwanken zwischen den Jahrgängen auch am stärksten, auch wieder so ein bisschen, egal ob an der AHS oder an der BHS. Dass hier mehr Personen durchfallen als in den anderen Fächern, ist zwar an sich noch kein Widerspruch zur Objektivierung der Leistungsbeurteilung, macht aber wieder gerade jene Eltern eher nervös, die Mathematik vielleicht für nicht ganz so entscheidend für den eigenen Nachwuchshalm. Die relativ starken Schwankungen der Durchfallquoten machen dann auch das Ministerium nervös, obwohl die gar nicht so arg überraschend sind. Korrekturanweisungen sind in Mathematik ziemlich präzise formuliert und wenn dann mal in einem Jahr zwei oder drei oder vier etwas nicht ganz so glückliche Teil 1-Aufgaben dabei sind, kann das schon ganz erheblichen Einfluss für diese Wackelkandidaten haben, die so zwischen genügend und in genügend stehen und dann hat man halt in einem Jahr 10 und im anderen Jahr 20 Prozent der Leute, die durchfallen. Das können die Lehrpersonen da auch nicht irgendwie durch etwas gemäligere Korrekturen so ohne weiteres kompensieren. Es ist aber natürlich im Sinne der Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse schon nachvollziehbar, dass sich dann einige fragen, ob man im 2017er und 2019er Jahrgang nicht doch auch irgendwie leichter an seine Matura gekommen ist als im 2016er und 2018er Jahrgang. Es ist aber wie gesagt kaum zu verhindern, dass man solche Schwankungen hat, wenn man so einen Grundstock an Personen hat, der eben die Grundkompetenzen nicht ganz so sicher beherrscht und dann irgendwie leicht mal ein Vierer oder ein Fünfer haben kann. Es ist und es wird dann immer viel spekuliert, woran jetzt diese Ergebnisse, die im Schnitt ja schlechter sind als in anderen Fächern liegen und die vielleicht auch schlechter sind als einige denken, wie das vorher im Unterricht gelaufen ist, die schlechter sind als die Mathematiknoten, die vorher vergeben wurden. Liegt das vielleicht an den Kontexten? Ist es zu viel Text? Sind die Aufgabenformate ungewohnt oder sind die Fragestellungen ungewohnt? Hier kann ich glücklicherweise auf etwas mehr als Spekulationen und Gerüchte zurückgreifen und präsentiere abschließend ein ganz paar empirische Ergebnisse, die ich und einige Kolleginnen im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit dem Ministerium zu diesen Fragen sammeln konnten. Ich beginne mal mit den Kontexten. Da haben wir uns, das haben wir nachträglich gemacht, das war nicht schon da, als die Aufgaben erstellt wurden. Mal überlegt, wir schauen, wir teilen das so ein in so Bereiche, wie es die auch bei PISA gab. Personal, da geht es um Probleme aus dem persönlichen Umfeld, dem Alltag der Lernenden, dem Familienleben und allen möglichen Freizeitaktivitäten. Occupational, da geht es um Kontexte, die klar mit dem Berufsleben in Zusammenhang stehen. Socioeconomic, da geht es um alles, was gesellschaftliche und wirtschaftliche Problemstellungen betrifft, insbesondere auch Anwendungen aus Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, Scientific, das meint alle naturwissenschaftlichen und technischen Anwendungen. Davon getrennt haben wir contextless für alle Aufgaben, die rein innermathematisch sind. Die sind bei PISA einfach mit den Naturwissenschaftlichen zusammengenommen worden, das schien uns hier aber nicht ganz angemessen. Hier in der Übersicht, oben ist AS, Mitte ist BAS, unten ist bayerische Prüfung, sieht man dann gut, dass bei der AS-Zentralmatura außer bei 2015 eigentlich immer so ein Anteil von mindestens 50 Prozent der Aufgaben mal rein innermathematisch waren und ansonsten die Aufgaben aus dem persönlichen Umfeld stark waren und aus den Naturwissenschaften. Dass Berufskontexte da jetzt eher nicht so häufig vorkommen, ist nicht wirklich überraschend. Bei dem spezifischen bildungstheoretischen Profil und dieser gesellschaftlichen Bedeutsamkeit könnte man aber unter Umständen erwarten, dass etwas mehr sozioökonomische Anwendungen thematisiert werden und ein Stück weit war das in dem Pilotprojekt auch stärker vertreten. Zum Vergleich, im schultypübergreifenden Teil der BHS, also diesem ersten Teil, gibt es kaum bis gar keine innermathematische Fragestellung, ist ja auch angewandte Mathematik, passt also ganz gut. Dafür gibt es sehr viele Naturwissenschaften, wobei die Schwankung da auch recht groß ist in diesen Anteilen zwischen Naturwissenschaften und den anderen Kontextbereichen. BAP, also die Bayerische Abiturprüfung und nicht die Kölner Mundart-Band, da sieht man dann, dass dort in diesem ersten Teil, den die auch haben, der technologiefrei ist, sehr deutlich das Innermathematische dominiert. Die Bayerische Abiturprüfung ist insgesamt deutlich traditioneller aufgebaut. Das sind in der Regel so vier größere Aufgaben mit Teilaufgaben und diese Teilaufgaben sind allesamt innermathematische Routineaufgaben und für die sind dann auch viel weniger und deutlich einfache Texte möglich, als wenn man so ein stärker auf Literacy abzielendes Rahmenkonzept hat, wie das bei der AAS Matura der Fall ist. Was jetzt nicht auf der Folie steht, faktisch hat dann aber Kontext oder kein Kontext für die empirische Aufgabenschwierigkeit, also den relativen Anteil falscher Lösungen, faktisch so gut wie keine Rolle gespielt in den AAS und BAS Zentralmaturen. Die Mittelwerte sind da zwischen diesen Kontextbereichen nicht wirklich unterschiedlich und es gibt mit oder ohne Kontext oder mit eher naturwissenschaftlichen, eher privaten, gibt es immer leichte und schwerere Aufgaben. Da sieht man keine Zusammenhänge. Aber schauen wir überhaupt mal etwas detaillierter auf die Aufgabenschwierigkeiten. Hier sind mal alle Aufgaben der Termine von 2015 bis 2018 zusammengenommen und nach Inhaltsbereichen gegliedert, haben Sie jetzt einerseits so einen Boxplot und andererseits haben Sie darunter die konkrete Verteilung durch die einzelnen Aufgaben. Jeder Punkt ist also eine Aufgabe und die Farbe gibt jeweils auch noch an, was das Aufgabenformat ist, also Multiple Choice 2 aus 5 zum Beispiel oder offen oder halboffen, wo Sie so Kurzantworten geben müssen. Wirklich stark unterscheiden sich die Mittelwerte aber nicht zwischen den Inhaltsbereichen und auch nicht zwischen den Aufgabenformaten. Stochastik ist erwartungsgemäß etwas schwieriger als der Rest. Die Streuung ist überall eher breit, was vor allem an einigen deutlichen Ausreißern nach oben liegt, also deutlich schwereren Aufgaben. Das sind dann die Beispiele, wo etwas mal besonders schlecht gelaufen ist. Wir haben uns dann angesehen, ob unter Umständen die Beispiele etwas besser gehen, wo vorher schon ähnliche in der Zentralmatura vorgekommen sind. Ähnlich meint dabei, war die Grundkompetenz vorher schon mal dran und wenn ja, wurde da dasselbe Aufgabenformat benutzt und war das mit demselben Kontextbereich. Da haben wir dann Punkte vergeben und das dann nachher so umgerechnet, dass das für jede dieser Prüfungen irgendwo zwischen 0 und 1 liegt. 1 heißt, ist schon sehr oft vorgekommen, 0 heißt, ist noch gar nicht vorgekommen. Hier haben wir deutlich geringere Werte und weniger Streuung bei dem Bereich funktionale Abhängigkeit. Das liegt aber im Wesentlichen daran, dass es in diesem Bereich etwa viermal so viele Grundkompetenzen gibt, wie in den anderen drei Bereichen, womit dann auch einerseits dieselbe Grundkompetenz einfach seltener geprüft werden kann und andererseits die Grundkompetenzen in diesem Bereich funktionale Abhängigkeiten deutlich enger sind, also das Thema da viel genauer beschrieben ist und weniger verschiedene Fragetypen pro Grundkompetenz denkbar sind. Das zeigt sich dann auch bei den Lösungshäufigkeiten. Nur bei den funktionalen Abhängigkeiten konnten wir in der Tat feststellen, dass die Aufgaben leichter werden, wenn dieselbe Grundkompetenz bereits in ähnlicher Form geprüft worden ist. In allen anderen Bereichen, das ist das Bild links daneben, sehen Sie, ergeben sich bei Regulationsanalysen keine solche Zusammenhänge. Es ist auch egal, ob man die Aufgaben alle zusammennimmt oder ob man die nach Inhaltsbereichen teilt oder ob man die nach Aufgabenbereichen teilt. Es gibt immer keine Zusammenhänge mit diesem Vertrautheitsindex. Das kann man auch so deuten, dass es eher riskant sein dürfte, sich bei Prüfungsvorbereitungen nur auf die Matura-Beispiele der letzten Jahre zu konzentrieren. So, also, wir haben eher keine Trainingseffekte bei der Matura, außer so ein wenig bei den Funktionen. Aber wie schaut es mit dem Aspekt Verständlichkeit und Länge der Texte aus? Nun, auch hier können wir einiges eher in dem Bereich der Gerüchte einordnen. In dieser Grafik sind mal alle Aufgaben auf der X-Achse nach so einem standardisierten Lesbarkeitsindex, dem sogenannten G-Smog, sortiert. Dieser G-Smog, der verrechnet Aspekte wie Satzlänge, Wortlänge und so weiter zu einem Index, der dann als Ergebnis so interpretiert werden kann, dass das in etwa das Lesealter in Schuljahren ist, ab wann der Text lesbar sein sollte. Wobei das nicht die Semantik betrifft, insbesondere nicht die mathematische Schwierigkeit, die bleibt völlig außen vor. Das ist rein an diesen textlinguistischen Oberflächenmerkmalen festgemacht und lässt zum Beispiel auch dem Wortschatz ganz außen vor. Man sieht hier aber, dass die allermeisten Aufgaben so rein von diesen Merkmalen her für die fünfte bis neunte Schulstufe, also eher für die Unterstufe, gut lesbar sein sollen. Was fast noch wichtiger ist, diese standardisiert gemessene Lesbarkeit korreliert faktisch überhaupt nicht mit den Aufgabenschwierigkeiten. Da ist wirklich alles dabei. Gut lesbare schwierige Aufgaben, schlecht lesbare leichte Aufgaben, gut lesbare leichte Aufgaben und schlecht lesbare schwierige Aufgaben. Stärker als dieser G-Smog variieren die reinen Textlängen. Der Großteil dieser Teil 1 Aufgaben hat so zwischen 120 und 20 echten Wörtern. Da sind dann alle Nichtwörter, also sowas wie Variablen, Symbole, Terme, Formeln, Grafiken und auch Tabellen mit Zahlenwerten mal herausgenommen, weil die sind ja eigentlich keine Wörter. Ein paar deutliche Ausreißer nach oben gibt es allerdings in der Stochastik. Da gibt es ein paar sehr viel längere Aufgaben. Aber Sie ahnen vielleicht schon, statistisch korrelieren wieder die Aufgabenschwierigkeiten nicht mit den Textlängen, jedenfalls nicht global. Es gibt einige sehr lange, sehr leichte Aufgaben und einige sehr schwierige, sehr kurze Aufgaben und auch bei der mittleren Textlänge streuen die Schwierigkeiten. Was wir bislang hinsichtlich Textverständnis noch nicht ausgewertet haben, sind allerdings so Dinge, die den Wortschatz betreffen. Also sind Aufgaben mit viel nicht in erster Linie mathematischer Bildungssprache vielleicht schwieriger, als sie es eigentlich vom Mathematischen her sein sollen. So, jetzt schauen wir mal in die konkreten Beispiele rein, die Sie sich angesehen haben. Hier haben wir eine der schwierigsten Aufgaben aller Jahrgänge. Der Text ist allerdings eher durchschnittlich lang und hat einen sehr guten Lesbarkeitswert. Die etwas Ähnliches ist in ähnlicher Form entweder schon 2015 gefragt worden oder 2014, wo die Zentralmatura noch freiwillig war. Und hier haben wir die nahezu völlige Umkehrung. Das Beispiel ist eines der leichtesten überhaupt, obwohl die Lesbarkeit auf einen tendenziell anspruchsvoll zu lesenden Text hinweist, der außerdem auch überdurchschnittlich lang ist. Und auch dieses Beispiel hat wieder diese eher mittlere Vertrautheit. Ähnliches kam schon mal vor, aber sicherlich nicht in jedem Jahrgang. Dieses Beispiel hat einen durchschnittlich langen, aber sehr schlecht in der Lehrbarkeit bewerteten Text. Es ist zudem eher unvertraut, gemessen an den Vorjahrgängen. Trotzdem ist es mit 66% Lösungshäufigkeit eher noch im Mittelfeld der Schwierigkeit angesiedelt. Und dieses letzte Beispiel ist das schwierigste Beispiel von 2018. Es hat gleichzeitig den kürzesten und gut lesbaren Text. Die Grundkompetenz kam auch schon eher oft in ähnlicher Weise vor mit dem Integral. Das ist jetzt das Paradebeispiel, das man hervorholen sollte, um zu zeigen, dass es eben häufig doch das mathematisch-konzeptionelle Verständnis ist, was eine Aufgabe schwierig macht. Und dagegen ist wohl bei einer Mathematik-Matura auch eher wenig einzuwenden. Das soll es dann für heute und für dieses Semester gewesen sein. Wenn Sie das Thema Zentralmatura und Textverständnis interessiert, mache ich auf der Folie noch Werbung für ein anderes Video von mir, eine Aufzeichnung von dem Vortrag, der diesem zweiten Teil auch zugrunde gelegen hat. Ansonsten, heute gibt es keinen Abschlusstest im Video, weil das heutige Thema nicht prüfungsrelevant ist. Ihnen wünsche ich deswegen jetzt viel Erfolg bei der Hausübung, die ja schon Teil der Prüfungsvorbereitung ist. Und dann viel Glück bei der Prüfung. Und ansonsten Servus, Baba!